Ja Leute, es ist wieder soweit, wir haben Samstag Abend, ich bin wieder auf dem Elefante treffen. Im Moment sieht es noch gut aus das Wetter. Es hat zwar keinen Schnee, aber es ist trocken. Ja, es wird wahrscheinlich nicht so bleiben leider. In dem Fall werden die wieder Videos von Amadeus auf amadeus.tv sehen und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Elefantentreffen 2020. Wie wär's mit Schneeschaufeln? Ja, das ist genau heute das Problem mit dem Schneeschaufeln, weil es einen gibt. Hier müssen wir gelbe Bänder verwenden, einfach um die Straßen zu simulieren, damit wir ein bisschen Ordnung in die ganze Sache reinkriegen, weil wir sind ja auch verpflichtet gegenüber den Genehmigungsbehörden eine Fahrspur zu machen, falls das sein sollte oder irgend so was. Und das versuchen wir mit den Bändern darzustellen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert, klappt. Geosiin, weiter geht's. Oh breathieres. ELEPHANTE QUI MOURT